Hey, hier drüben! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach schon! Du. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley? Und sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön, das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los! Wenn das so ist... Hier, hilf mir. Ashley, schnell! Okay. Okay. Spielen wir. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nein, nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Schlafen! Mit Aufwärm? Vergiss das Streckling nicht! Ja, ja, halt die Klappe. Dann kann's losgehen. Entspann dich, Cowboy. Locker, bei dir, über den Tribunnen. Welche Klappe! Eine Horde! Die Klappe! Bautant, Locker! Die Klappe! Die Klappe! Langsam habe ich genug. Das wird ziemlich hell. Das wird ziemlich hell. Die Augen zu! Die Augen zu erinneren! Da! Die Augen zu erinneren! 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 Dein Abzug! Geh mir hoch! Los! Hey! Sie haben dieses Geschossenwald eingenommen! Tja! Geh mir hoch! Geh mir hoch! Geh mir hoch! Geh mir hoch! Dann kommt man sich auch auf uns zu. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Wir! Wir lassen schnell! Wir lassen uns nicht.